Hallo, ich bin Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 26. November und muss mal gucken, Monatsschluss kriegen wir noch nicht hin, der ist nächste Woche, können wir uns am Montag dann nochmal drüber unterhalten. Aber, ja, was wollen wir eigentlich erzählen? Am Donnerstag ist nichts passiert, nee, doch, Donnerstag war heute. Am Donnerstag ist absolut nichts passiert. Wir hatten gesagt, oben könnt ihr, solltet ihr ein bisschen aufpassen, in der 49, 69, hatte gesagt, was ich mir gut vorstellen kann, dass er von dort nochmal runter geht, 8,90 bis sogar runter in die, was haben wir gesagt, 8,30? Ich glaube, 8,30, 7,37, 47, also auf jeden Fall, bis in dem Bereich runterstechen kann. Ich glaube, wir hatten 8,30, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Im ersten Update heute früh hat man das nochmal ein bisschen angepasst, ein bisschen angeglichen, aber ich meine, wir hatten gestern 8,30 gesagt, ja, das hat er jedenfalls nicht geschafft, hat sich hier im Bereich um 8,90 dann schon gut, gut stabilisiert bekommen, oben abgedreht aus der 9,60, 9,40, damit erst mal alles okay. Ist jetzt allerdings natürlich auch nach unten raus, ein bisschen Fahrt rausgenommen worden einfach, hoch zu natürlich aber auch, ne, aber wir sind ein Stückchen weiter hochgekommen. Ich sag mal, zum Freitag erwarte ich jetzt auch nicht viel, das ist Brückentag, die Amerikaner haben verkürzten Handel, da wird nicht viel gehen, einfach, das wird vielleicht ein bisschen mehr sein, wie das jetzt, was zum Donnerstag war, aber wird jetzt auch keine Weltwunder bringen. Von daher können wir hier nochmal einen kleinen Schuss nach oben einplanen. Die 16.020 ist ganz interessant, 16.60, 16.70 ist interessant, 16.100 ist interessant. Das sind jetzt hier so schöne Zonen, in die er noch reinstechen kann, wenn es ihm gelingt, über die 15.69 rauszuarbeiten. Also eigentlich könnt ihr schon sagen, über 15.59 könnt ihr ihm ein bisschen Platz nach oben geben, nach oben lassen und in die Zonen reinhandeln lassen. Das ist die Oberseite, sollte sich runterdrücken, sollte unter 15.900 fallen zum Freitag, dann hat er hier unten eben wieder Platz zurückzulaufen auf die Marken, die 8.60, die 8.30, die 7.80, 8.100 hier in dem Bereich, aber so tief sehe ich ihn gar nicht zum Freitag. Also ich denke eher, es wird sich in dem Bereich wieder abspielen, wie am Donnerstag, vielleicht sogar ein Inside-Day zum Donnerstag. Das wäre ganz typisch, aber ansonsten oben eben hier noch den Schwung mit rauslassen. Ja, wir brauchen hier gar nicht zu besprechen, dann kann man das heute relativ kurz machen. Wir haben wieder eine rote Tageskerze, noch keine grüne Tageskerze drin. Das ist insofern wichtig, weil wir gestern gesagt haben, wenn hier eine grüne Kerze reinkommt und die hier eben über 16.30 schließt, würde das guten Konterspielraum geben. Den haben wir nicht. Sollte er den auch zum Freitag vermeiden, müsste man auch am Montag dann tatsächlich nochmal neue Tiefs und einen Kampf um den Trigger hier erwarten. Also hätte er jetzt, müsste zum Freitag sich wirklich Mühe geben, dass er hier eine Konterschance gebaut kriegt. Wird das eine rote Tageskerze, vielleicht sogar mit Tagesstoß unter 8.70, dann für den Montag eigentlich, kann man schon mal vorwegnehmen, eher negativ zu werden. Ja, und mehr können wir hier jetzt auch nicht rausnehmen. Von daher, würde ich sagen, machen wir es einfach kurz. Wird sicher eh nicht viel passieren. Brauchen wir nicht zu viel Zeit verlieren und nicht zu viel Worte hier. Da habt ihr das Video mal ein bisschen eher hochgeladen heute. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg zum Freitag, schon mal ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder für das Video zum Montag. Bis dahin, tschüss. Tschüss.